Freiheit ist nicht da, wo ich mir alle Möglichkeiten offen halte. Freiheit ist da, wo ich mich Gott aus entscheide und mich auf das Fest klebe. Denn erst da entsteht die Wirklichkeit, in der sich meine Freiheit erratet. Ich bin ja verheiratet, deswegen war der Ring hier. Nun könnte man sagen, wie kann man sich eigentlich ein ganzes Leben lang an nur eine Frau kommen? Das schreckt mich doch in meiner Freiheit total an. Ich erlebte es auch in meiner Ehe, dass genau das Gegenteil war. Genau wie ich mich für eine, für meine Frau entschieden habe, bin ich in der ganzen anderen Freiheit getreten. Für mich erschließt sich darin ein ganz neuer Raum für Arbeit. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann engst du mir eben nicht ein. Im Gegenteil, genau dadurch entfaltet sich das wirkliche Leben ganz klar. Ihr kennt bestimmt den Spruch, für den können wir uns auch ein Gefällt mir geben. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Und so ist auch mein Glauben an Jesus. Erst wenn ich mich ganz real auf ihn einlasse, dann kann ich ihn erleben. Und dann kann ich Erfahrungen mit ihm machen. Wenn ich mich an Jesus binde, dann erlebe ich echte Freiheit. Christliche Freiheit. Und christliche Freiheit, die hat auch immer mit Freiheit zu etwas hier zu tun. Das wird ja jetzt gleich. Martin Luther bringt es hin von der Freiheit eines Christmenschen so auf den Punkt. Ein Christenmensch ist frei, freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Das ist von der zweite Satz. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und niemandem untertan. Also ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und man muss sich für ihn nicht recht finden. Er ist auch frei von Gesetzlichkeit. Gott nimmt mich ohne Vorlesung an. So wie ich bin. Das ist die Grundlage des evangelischen Glaubens. Wir legen ihn nur aus der Ahnung und Vergebung von Jesus heraus. Aber diese Freiheit ist eine Freiheit mit Verantwortung. Der Glaube an Jesus, der ist untrennbar mit Nachfolgerin gebunden. Mir wird es gerade selber ganz nur klar. Ich habe über Bücher egal, ein altes Buch gefilmt von Dietrich Brunnhöfer. Ich war ganz überrascht, das war sogar die Originalausgabe. Ich bin schon für die Entwerte. Von Dietrich Brunnhöfer Nachfolge. Ich muss sagen, dieses Buch hat mich wie fast kein anderes bisher in dieses Buch herausgefordert. Da geht es nämlich genau um diese Nachfolge. Und vielleicht sprühen wir es noch heute. Ein zentraler Begriff bei Brunnhöfer, das ist die billige Gnade. Und unter billiger Gnade versteht Brunnhöfer Gnade ohne Nachfolge. Als wenn mir Christus ein Leben nicht gefällt. Wenn mein Glaube für meinen Alltag so viel Bedeutung hat, wie dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ja, schön blass wisch. Vielleicht habe ich sogar eine persönliche Beziehung zu Jesus. Aber mein Glauben lebt sich nicht auf mein Leben aus, weil ich Jesus nicht nachfolge. Weil sich mein Leben nicht an sein Gehirn ausrichtet. Und Brunnhöfer, der Binnungs-Tier, ein ganz scharfes Wort. Er spricht sogar von Gehorsam. Ich muss sagen, wenn ich das Wort Gehorsam höre, vor allem wenn ich es in der Kirche höre, dann stellen sich bei mir gleich alle Staaten um. Ich sage, Moment mal. Aber ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und deswegen sage ich das aber vorhin so. Ich bin wirklich zu der Gegend oder zu, ich habe für mich erkannt, dass vielleicht genau das der Gnade der Punkt sein kann, ob sich in meinem Glauben tatsächlich was verändert. Ob ich meinen Glauben tatsächlich in meinem Alltag erlebe? Ob ich Jesus tatsächlich in meinem Alltag erlebe? Brunnhöfer sagt, nur der Glaubende ist Gehorsam, nur der Gehorsame glaubt. Beides gehört zusammen. Glauben und Gehorsam. Gehorsam und Glauben. Denkt mal die Jünger Simon und Andreas, am Lebe, von denen ich vorhin erzählt habe. Jesus ruft sie und sie folgen ihm. Und erste konkrete Nachfolge lernen sie, an Jesus zu glauben. Oder stellt euch Petrus vor, er kennt die Geschichte. Jesus läuft auf dem See bei Nacht, Petrus sieht ihn, möchte auch zu Jesus kommen. Und erst in dem Moment, als er seinen Fuß aus dem Boot heraussetzt, als er auf das Wasser tritt, er starb, lernt er die Nachfolge. Er starb, lernt er zu glauben. Vorher, der er sagen kann, ja, vielleicht trägt mich das Wasser, vielleicht trägt mich das Wasser nicht. Aber erst in dem schwersten Boot herausmacht, dann lernt er zu glauben. Dann lernt er zu glauben. Und Bonhoeffer, der fordert uns auch noch heute heraus, wirklich in so einem tatsächlichen Gehorsam, Jesus gegenüber zu leben. Indem wir uns auf eine ganz einfache Weise im Sinne Jesu ganz konkret nach seinen Gehorsam ausrichten. Und das wird uns jetzt nicht irgendwie selber vorgauen, im Sinne von, zwar mache ich es nicht wirklich, aber innerlich wäre ich dazu bereit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt es uns bekannt vor. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, um die Teile meines Gentes regelmäßig zu spenden. Aber meistens bleibt es dann wirklich bei der Aussage, als innerlich bin ich schon dazu bereit, auch dann tatsächlich was abzugeben. Das ist dann das andere. Als Christen sollen wir den Gehorsam konkret folgen. Und das ist eben nett, um verbunden gut dazustehen, oder irgendwelche Voraussetzungen für den Garten zu erfüllen. Durch Jesus können wir wirklich aufrecht vor Gott stehen. Aber wir erleben unseren Glauben nur, wenn wir uns auf diese Nachfolge zu Jesus, mit Jesus einlassen. Und dazu gehören, ich möchte einfach mal Beispiele bringen, dazu gehören alle Bereiche des Lebens. Die Unantastbarkeit des Anderen, achten. Verantwortungsvoll mit seiner Sexualität umgehen. Auf Vergeltung verzichten. Bereit sein, er vielleicht auch für den Glauben, oder erstrechte für den Glauben, auch mal Unrecht zu erleiden, seine Feinde zu lieben, zu beten, vielleicht zu fasten, und verantwortungsvoll mit seiner Besitzung zu werden. Jesus selbst hat mal gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und an anderer Stelle, was nennt er mich Herr, und tut nicht, was ich sage. Nach Jesu Gebote zu lieben, das lässt sich eigentlich auf eine ganz einfache Form bringen. Die hat es Jesus selber so gesagt. Liebe und diene Gott und deine Mitmenschen von ganzem Herzen. Liebe und diene Gott und deine Mitmenschen von ganzem Herzen. Das ist das Gebot Jesu. Jesus nachfolgen. Eigentlich was ganz Schlichtes und Einfaches und doch so unglaublich schwer. Aber bevor wir jetzt Gründe suchen, warum das entgegen kann, sollen wir es doch einfach mal probieren. Aufrichtig aus unserer christlichen Freiheit heraus Jesus wirklich nachfolgen. Aus seiner Vergebung Gerechtigkeit herauszuleben, auch wenn wir uns scheitern. Gott gibt uns durch den Heiligen Geist die Kraft dazu. Und da lese ich noch mal ohnehin von was ganz Entlastendes. Er schreibt, je mehr wir in der Nachfolge leben, desto selbstverständlicher tun wir das Wichtige. Auch wenn es uns ganz unspektakulär erscheint. Also unser Leben verändert sich automatisch und wir tun Dinge selbstverständlich, nehmen sie vielleicht gar nicht mehr auf, aber wir leben dann in der Nachfolge eher so. Und ich bin wirklich fest der Vorurzeugung, dass wenn wir dieses Prinzip wieder mehr lernen, einstehen, dann wird uns ein Glauben konkret in unserem Leben. Und ich finde es ganz interessant, dass uns das von einer ganz anderen Zeit bestätigt wird. In Chicago gibt es die Willow Green Gemeinde, vielleicht kennt ihr die. Über 20.000 Menschen besuchen da prägenmäßig die Gottesdienste. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine wachsende Gemeinde. Und man kann tatsächlich viel von dieser Gemeinde lernen. Und man tut es auch in der Nachfolge. Und vor zwei Jahren, da führte diese Gemeinde, die Mitglieder, Frauen durch eine Studie, wie zufrieden, diese in ihrem persönlichen Glauben sind. Und wie sie ihren Wachstum und Glauben erteilen. Und das überraschende Ergebnis war, dass, obwohl die Gemeinde augenscheinlich hinkte, nur wenige Menschen für sich behaupteten, in ihrem Glauben tatsächlich weiterzukommen und erfahren, ohne Gott zu machen. Und da hat man genauer hingeschaut und auf einmal wurde ganz überrascht, in der Zusammenhänge deutlich. Ausgerechnet diejenigen, die am unzufriedensten mit ihrem Glauben waren und auf der Stelle trafen und sich damit weiterentwickelten, das waren gleichzeitig diejenigen, die am wenigsten in ihren Glauben investierten, die am wenigsten in ihrem Glauben lasten, die am wenigsten biedeten, die am wenigsten sozial engagiert waren und am wenigsten in ihrem Nächsten dienen. Und es war auch umgekehrt sichtbar, diejenigen, die auf eine ganz einfache Weise Jesus nachholten, die waren in ihrem Glauben am zufriedensten, am Laufsten. Lasst uns Jesus nachholen. Lasst uns ihm geräuschen. Lasst uns ihm zum ganzen Herzen Gott und unsere Nächsten lieben und dienen. Dann eröffnet sich für uns eine ganz neue Dimension Glauben, von Freiheit und von Nachfolgen. Amen.